Leute was geht heute zocken wir Five Nights at Freddy's ich habe schon hier angefangen mit meinem Kumpel Jonas wir machen die jetzt nicht weil wir machen einfach mal ein New Game weil zweite Nacht alter sind wir einfach nicht weiter bekommen wir haben glaube wir drei wir haben dreimal versucht zur dritten Tag Methusene ne New Game würde ich sagen oder ja machen Trump wanted ihr könnt da unten mit lesen wenn ihr wollt Leute ist ja dieser neue Film draußen und beim buddies mein Kumpel hat ja schon geguckt ja wir kriegen halt 120 dollar pro woche für die fastbears oder 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 der miene wir müssen bis 6 uhr nachts 6 uhr nachts okay das ding ist bonnie ich habe keine lust wenn ding ist der hier das ist ja foxy der wird noch nicht kommen foxy wird nicht kommen nur nur der und der der kommt dritte nacht das ist freddy chica bonnie bonnie kommt meistens immer als erstes also erst noch passiert eigentlich meistens ich habe mir ein kummel gesagt immer noch eine ja bla 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 ihr chillt doch man kann nicht man kann nicht muten oder ja animatronic ja kitchen ist immer so hallo mann 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 passiert nichts save bonnie kommt als erster könnten eigentlich wetten das letzte mal kam der einfach als erstes horrorspiel sind eigentlich meins deswegen müssen bis 6 uhr nacht die kamen bis 6 uhr nacht kann auch auf pausen Meine Katze ist zum Glück bei mir. Was bei... Mann, alter... Ja, bleibt so, das ist gut. alle können sie erst mal ein bisschen ausruhen was kann man denn eigentlich bei einstellungen die kann man was wir brauchen brauchen noch Vier Stunden. Dann sind wir durch. Mann! Geht immer manchmal zur Sicherheit einfach durch. Alter, Horrorspiel sind halt nicht so meins. Die Kitchen braucht ihr euch nicht wundern, warum da nichts kommt. Das ist eigentlich immer so. Mann, man hört Musik. Alter, wie geht's euch so? Gut, ne? Da hinten ist Cupcake. So, Alter, immer noch alle da, ja. Macht ihr gut. Wollt ihr euch nicht bewegen, oder? Stimmt. Mann, es kommt Musik. Lasst mich da. So, Mann. Die Gärter passiert nicht. 3 Uhr Nacht. Ist jetzt noch niemand da. Ich habe keine Ahnung, warum niemand kommt. Hallo, Bonny. Was geht? Alter, seht ihr ihn auch? Bonny, Alter. Sieht man das, ja, ne? Digga, okay, Bonny ist schon mal weg. Chica, ja, chillt doch. Mann. Chica auch noch. Ich will auch mal normal spielen. Mögt nicht, oder? Bonny, du kannst da chillen bleiben. Chica, ist da. Ich bin hier unten, ne? Die sind hier oben. Ich will gerne da oben chillen bleiben. Ich mag euch aber auch. Naja. Mann, Alter. Jetzt bist du immer noch da, mein Guder. Alter, wirklich. Meine Power geht doch langsam runter. Mein Guder, was geht ab? Chica, was willst du denn schon, bitte? Wirklich, ne? Mann. Check deine Nüsse. Alter, scheiße, wir haben nur noch Power Left 22. Ah, nein, bitte nicht. Egal. Freddy steht immer noch da. Wo ist Bonny? Bonny ist weg. Nein. Mann. Ja, Bonny, hi. Oh, nein. Nur noch. Dicker. Nur noch 5%. Ja, Alter, kann ich ja gleich duschen gehen. Wirklich. Alter, nee. Mann. Mann. Ja. Ja, Alter, alles passiert. Mann. Guck ich fernsehen, ja? Mann. Ja. Mann. Ja. Digger. Hab's so gewusst. Ja, Freddy Fazbear. Oh, 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 oh. Mann, dieser Jumsker, ja. Leute, wenn euch das Game gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, ne? Ciao, Leute. Und wartet, Leute. Wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ungefähr auf diesem Video drei Likes da lasst, da kommt der nächste Part, Leute. Ciao. 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 . Ciao.